Musik So, nun noch ein kurzer Abstecher zum Bahnhof Feuerbach. Leider kann man in die eigentliche Baugrube nicht hineinschauen. Im Bahnhof Feuerbach stößt die von Stuttgart nach Feuerbach unterirdisch verlaufende Fernbahnstrecke an die Oberfläche. Das Portal des Tunnels Feuerbach befindet sich in einer Tieflage in einem Trogbauwerk. Diese steigt über eine Rampe auf Normalniveau auf. Um den nötigen Raum für dieses Trogbauwerk zu schaffen, wurde der Bahnsteig 3 zurückgebaut und der Bahnsteig 2 umgebaut. Zurzeit finden Baugrubensicherung und Ausschub des Troges statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017